Ah, ich bin nervös. Aina, King of Wander. Hola, hola, amigos. Buenos Dates, Spanisch, eh? Como es das, que tal? Okay, ich hoffe, hallo. Como te llamas? Oh, eh. Mi amo. Bien, eh. Bro, ich habe schon das dritte Mal Spanisch gehabt, aber ich habe immer noch keine Ahnung. Ayoshi, hallo. 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 Hier ist Geisti, aber der ist doch tonlos. Geisti, falls du mich hören kannst, bitte komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Ich habe irgendwie Angst, weil es einfach Nacht wird. Äh, kommst du hier rein? Wo seid ihr eigentlich drin? Ach, da unten. Hallo. Ach nein, das ist Geisti. Kann ich da bitte, bitte lass mich da auch, wenn nicht das stinkt. Warte, ich muss mich vielleicht noch einbuddeln, so bevor er tot ist. Sind Cheats erlaubt? Ist X-Ray hier erlaubt? Äh, ich glaube nicht. Oh. Ich glaube auch nicht. Oh. Oh, ist X-Ray hier erlaubt? Oh. Schade. Aber so ein Helligkeits-Gamma-Dings gedöhnt ist schon erlaubt, oder? Ja, echt. Also ich habe einen Shader, wo die Helligkeit höher ist. Achso, ja, okay. Alter! Warum bist du so krass? Weil ich gestern schon angefangen habe. Ja, das meine ich gar nicht, sondern du bist Yoshi, der ist voll krass. Achso. Hallo. Hallo? Geisti, hallo. Geisti, lebe. Geisti, lebe. Dann müsst ihr mich leiser, leiser machen. Nein, das ist perfekt. Oh, okay, okay. Yoshi ist gefühlt AFK. Der ist tonlos. Ah. Okay. Das ist schlecht. Wohin wollen wir gehen? Wollen wir zu mir nach Hause? Wollen wir, okay. Also ich würde eigentlich bis Eisgebiet dahin gehen wollen. Also ich würde irgendwo einen Platz suchen wollen, wo ich meine Tiere bauen kann, wenn es kein Problem ist. Wenn es bei dir in der Nähe passt, dann ist es okay. Hm, das stimmt. Ich habe hier so ein riesiges Erdhaus bei mir stehen. Mehr ist bei mir noch nicht. Vorsicht, da hinten ist irgendwo eine Höhle auf dem Weg. Deswegen... Ich nehme Pilze mit, da können wir Pilz super machen. Let's go, das Pilz anbauen. Meinst du nicht irgendwie, Cham, dass im Süden oder so irgendein Dorf ist? Ja, aber Cham ist tot, auf den richten wir uns nicht. Achso, sonst machen wir dem noch nach, stimmt. Richtig, richtig. So wollen wir ja... Ja, ja, tue, tue. So wollen wir ja nicht hinten, Alter. Richtig auf front. Achso, hallo Geissi, hallo. Ich glaube, egal was du berufen hast, ich klaue es mir. Du kannst ja gerne eine Hälfte-Hälfte machen. Nee, ich klaue mir alles. Okay, dann machen wir das sowas auch gut. Ja, ich habe einen Lachs geklaut. Hallo Dreizack-Typ, wo bist du? Hallo Affischi. Du hast so ein Trauma, oder? Du hast so ein Trauma. Ich habe richtig Trauma. Alter, hallo. Oh nein. Wo ist der Ende hin? Alter, das war der Kampf des Jahrhunderts. Ich habe zugeguckt und keinem bisschen geholfen. Es ist echt dein Haus, Yoshi. Es gibt noch viele Hausschleifen. Das ist das geilste Haus der Welt, Junge. Ey, es ist zumindest sicher. Ich meine, es schützt mich. Alter, die Tür. Ja, nein. Diese Tür. Danke. Danke, danke, danke. Wow. Obwohl man kann... Ah, nee, der muss weg. Der muss schön weg. Eben. Hey. Alter, hallo. Yoshi, wo hast du dein Eisenherr? Ein Eisengolams. Das ist wirklich gefährlich, weißt du? Das ist sehr gefährlich. Ich habe mir jedes Mal in die Hose geschissen. Alter. Alter, die Hose war voll sein, du. Ich habe gestern öfter mal Hose gewechselt. Stell dir mal vor, du ziehst dich live einfach um, dass du die Unterhose so wechselst, live vom Chat und so. Und auf einmal geht die Facecam an. Auf einmal hast du auch perfekt positioniert, Junge. Die Handcam rutscht so versehentlich so ein bisschen runter. Opsa, tut mir leid, Leute. Hallo, Schweinchen. Bist du gut auf... Ja, Kartoffel, komm mal mit. Ah, hier sind sogar Schafis. Alter, das ist der Burner. So, ich spüre euch jetzt einfach alle ein. Ja, Burner. Komm her. Schweinchen. Ja, komm. Nein, ihr sollt nicht da raus. Na gut. Schweinchen. Nein. Nein, 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 nein. Schafi. Mann, das sind... Ich habe... Yoshi, weißt du, wer hier im Dorf eigentlich wohnt, weil es hier halt schon Kisten und alles ist? Was, Bobi? Ja, hier im Dorf. Da sind ja Kisten und irgendwie haben da gerade Leute... Schafe und Schweine eingesperrt, die ich aus, dass sie freigelassen haben. Deswegen denke ich mir gerade, wer wohnt hier eigentlich? Was für ein Arsch bist du eigentlich? Bro, ich wollte sogar helfen. Ich habe ein Schweinchen da reingepackt, aber es sind halt alle Schafe abgehauen. Willkommen zu Tag, keine Ahnung, was für das ist, in Mönigrafatgern. Aua. Ich dachte, das war ein Creeper. Ich wollte mal den Baum weiter. Ich weiß nicht, was er angefangen hat, aber ich mache einfach weiter. Danke, Chaosmus. Ich rede einfach und keiner weiß es. Ich gemuted. Danke, ich habe es einfach komplett übersehen. Alter, hier sind Sesslinge. Und die esse ich jetzt auf. Manche sagen, es ist Salat. Salat? War das nicht irgendwann mal ein Gag? Ja, in Afterlife. Da hat Sushi mir Sesslinge gegeben. Er meinte, das ist Salat. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich übel Salat gefeuert habe. Oh mein Gott, das ist Salat. Ich bin so ein Vollidiot. Ich wollte Zäune machen. Ich habe jetzt zwölf Eichenholz-Zauntore gemacht. Kann man auch mit deinem Zeug. Man, ich habe es nochmal gecheckt. Ich habe gerade nochmal geguckt, wie man das macht. Denk mir, okay, so ist es falsch. Also mache ich es so nicht. Ich habe es trotzdem so gemacht. Das ist ja nicht so, als gäbe es mir der Walle so ein extra Buch. Das benutzen nur die größten Lutscher. Der GroKo benutzt das auch. Das ist das Witzigeren. Oh, dann habe ich nichts gesagt. Das Ding ist, GroKo hat es benutzt, wo er mich bei Pirates gejagt hat. Deswegen hat er mich nicht bekommen, weil er war so langsam. Damit war so ein Boot zu craften. So Leute, falls ihr den Schafi seht, bitte lasst es leben. Das brauche ich, danke. Ich habe eine Kuh gefunden. Brauchst du dir auch? Also, wo ist deine Hau? Ich habe ein Schwein gefunden. Brauchst du es auch? Ja, brauche ich auch. Ich habe einen Lappen gefunden. Kein Fein, da brauchst du ihn auch? Nee, den kannst du wegmachen. Boah, Yoshi, du bist einfach Full Iron, hast aber so eine Dreckshütte, wortwörtlich. Was hast du gegen meine Hütte? Er sagt ja, was gegen meine Hütte, ne? Ich meine, ich habe gesagt, das ist eine Dreckshütte. Da habe ich ja eigentlich recht. Dagegen kannst du nichts sagen. Doch, das ist eine wunderschöne Hütte. Ja, ist es ja auch. Das ist eine Dreckshütte. Aber trotzdem anfangen meine Base to Mount, geil. Ich glaube, wir haben das schwarze Schaf gefunden. Ja, das ist Yoshi. Also, Yoshi, ich will dich doch vor euch meine Hände. Ich habe mich selbst gefunden. Selbstfindung ist auch sehr wichtig. Leute, wisst ihr, wer ihr seid? Richtig, ihr seid wunderschön. Außer ihr heißt Ende. Oder Yoshi. Oder Geissi. Oder Ralf. Was hat Ralf denn jetzt getan? Der Arme Ralf. Die Ralf-Reißen, was soll das? Ja, echt so. Der haten dich jetzt einfach. Ich denke, ich fühle mich mit den Türen noch unsicherer. Hör auf, die rauszuholen! Da geht da einfach hin. Ich hole euch noch raus, Leute. Ich hole euch noch raus. Nein, das Baby ist abgehauen. Baby, geh rein da. Baby, komm. Hör auf, Baby. Nein. Let's go on. Baby. Schaff, steig ein, Junge. Du bist nur Kuhlern, Junge. Ja. Ja. Geiss ist, soll ich dir auch ein Schild machen? Ich habe gerade eine wichtige Aufgabe mit Schaffi. Oh, Schaffi. Mal platzen. Nein. Schaffi. Nein, Schaffi, das ist... Alka. So habe ich gefunden. Na, danke für das Schild. Ach so, ja. Wie kamst du darauf, auf die Idee, da oben, so weit oben, was zu machen? Ganz einfach, ich baue eine Himmelsinsel, ja? Die ist los, ja, weil sie in der Himmelsinsel ist. Das ist nicht gut in einem Hardcore-Projekt, wo du nicht steckst. Deswegen bin ich ja über einem See. Alter, Yoshi. Yoshi. Alter, du bist so mutig. Solange jetzt nirgendwo ein Pillager oder ähnliches ist, irgendwas um dich runterkicken könnte, änderst auch nicht. Alter, ich boxe dich jetzt einfach runter. Nein, bitte nicht. Hallo. Also entweder haben wir sehr viel damage oder er wandert mit mich. Ja, danke. Gerne. Ich habe dafür nur mein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich weiß. Wollen wir Geisty hauen? Ja. Hallo? Hallo? Ist so ein Geist. Stimmt. Er ist einfach ein Mob. Ja, ein Böster. Lass den Geisty nachbauen. Ja, das ist ein richtig großer, fetter, weißer Block. Alter. Was wird der? Was hat der? Advent, Advent, mein Bäumchen brennt. Mein Geisty brennt. Ach, da ist das schwarze Schaf. In seinem Boot. So, wie hat man noch mal... Oh, doch, da ist ein John. Wo bist du? Ach, das ist ein Baby-John. Sogar noch hat sein Vater dabei. Nice. Weißt du, bei dir immer noch Tron... Tronkene Leute, die keine Dreizacks haben. Wieso war er bei mir denn erst nicht gesehen, aber einfach ein Dreizack-Typ? Ja, weil er Lack hat, Junge. Das merkst du doch schon. Ich trau mich echt nicht mehr ins Wasser. Ich trau mich einfach nie mehr. Okay, ja, aber hier schwimmen auch Squids rum, Domi. Also, kannst du machen, wenn du willst? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich hab dich nie wieder gesehen. In einem See. Ja, ein dreckiger See ist... Wo bist du? Ich besuch dich jetzt einfach. Weißt du, wie du zu Yoshi gekommen bist? Nö. Alter, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also, wenn du... Geh einfach auf Dings, auf Hühnchens Tour. Warte, ich seh da ein Wasser. Ich geh mal zum Wasser. Ah, da hinten bist du. Ja, ich geh als Fan, dann besuch ich dich mal. Nein, Schafi bleib drin. Schafi... Nein. Nein, nein, jetzt hauen gerade alle ab. Ja, Leute, sehr gut. Das ist die Liberation. Los, befreit euch. Lauft mir daneben. Jetzt, du hast wirklich alle befreit. Mann. Hey, komm. Das Hühnchen auch. Mann. Das Hühnchen auch. Schafi. Nein, das andere ist noch... Jetzt ist das Hühnchen wieder raus. Nein. Ich finde es gut, dass ich eigentlich King of any besuchen wollte, aber einfach zwei Tage damit verbracht habe, meine Schafe wieder einzufangen, weil die irgendjemand freigelassen hat. Ja, die auch stehe ich schämlich. Ja, die schwarzen Schafe sind beide aber immer noch weg. So, geh auf Ende, ich besuch dich mal. Kann man da eigentlich hochklettern zu dir? Gib Brot. Ja, da ist eine Leiter. Ach so, okay, ja dann. Wie geht der einfach... Ja, da ist eine Leiter. Wie kannst du das nicht wissen? Da ist ein See. Und da sind auch Tüntenfische drin, die ich brauche. Sag ich ja. Aber da sind auch Trou und sich, wo ich Angst habe. Keine Ahnung, keine Sorge. Die haben bisher, glaube ich, hoffentlich noch nicht alle einen Drei-Zack. Drei-Zack? Drei-Zack. Ah, hier ist einer! Mal, mal, wird's... Ah, veröffelt, ah! Komm ich eigentlich hoch? Alter, der ist ein Leiter, ehrlich. Nee, ich... Hallo, ich meine den Berg! Okay. Was für ein Berg? Ich bin auf dem See. Ah, hier ist eine Kuh und ein Schwänchen. Oh, ich habe einen Drei-Zack mit vorbeifliegen. Oh, Scheiße. Dein Ernst? Hilfe. 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 Wo kann ich hier helfen? Dem See. Äh, ich weiß nicht, ob ich hier helfen will. Oh. Scheiße. Nicht im Ernst. Wird die Serie so weitergeführt, dass ich nächstes Jahr in einem John sterbe jetzt, oder? Ja, und dann Joschi und dann Hammers. Ren, was machst du denn? Warum brauchst du überhaupt auf dem See, Junge? Ich will dich eigentlich besuchen, aber... Ja, wo sind deine Sachen? Die hole ich mir jetzt. Mitten im See. Aber ich habe nicht... Das sind drei Leute! Boah, das sind drei Leute, da gehe ich nicht in. Das kannst du, das ist mir scheißegal. Das sind drei. Boah. Änder. Ich dachte irgendwie, dein blödes, was auch immer, der ist irgendwie auf dem Land. Aber nein! Das Ding ist, wenn ich es auf dem Land baue, würde ich... Nein, sei leicht, du bist tot! Du musst doch nicht leicht sein, dann kann man da reden. Mann, Mann, ich wollte dich gerade besuchen. Aber Änder. Ja, lach nicht, ist nicht witzig. Ich bin... Das Ding ist, ich bin woher zurückgekommen, um Domi hinzufügen. Hast du das Domi schuld an deinem Tod so gesehen? Ja. Ja. Herr Geist, ich klau mal kurz deine Spitzhacken, okay? Gönn dir. Mach ich. Welche Spitzhacken? Ich habe keine Spitzhacken. Ja, du hast doch keine... Hast du meine Schere eigentlich geklaut? Nein, habe ich nicht, das ist zum fünften Mal. Doch, hast du! Nein, habe ich nicht, Alter. Ja, okay. Zum dein blöden Elementar selber. Ich habe die nicht! Oh, nein, ich hab's nicht. Die lagern uns unten im Eck. Und ich finde die aber nicht. Aber erst mal wieder mich anmeckern. Ja, klar. Typisch. Aber ey, du kannst mich immer noch besuchen, wenn du mir jetzt... Nee, ich habe jetzt keine Bekanerbedürfnisse mehr, danke. Ja, aber in dem Wasser liegen gute Alums, habe ich gehört. Alter, ich habe mir echt überlegt, soll ich da erst hingehen? Dann habe ich geguckt, denn das waren drei Betrunkene und hatte dann auch keine Lust mehr. Vor allem, wenn einer einen Dreizack hat, dann bin ich ja danach, Promot. Super. Das wäre witzig, ja. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, hat irgendjemand einen Käpt'n, wahrscheinlich. Was sagst du? Du bist so leise. Hat er irgendjemand einen Klip gemacht, habe ich mich gefragt. Ich habe es immer auch nicht verstanden. Das ist scheiße. Ich verstehe die Tote nicht, ist das so geil. Einen Kill? Nein, ich habe keinen Kill gemacht. Ein Kill, ja. Ach so! Also, um das kurz zu erwähnen, der letzte Clip von mir war vor drei Jahren. Bro. Stimmt. Ja, Joschi, ich habe mir hinter dein Dreckshaus so ein richtig schönes Blumen gemacht. Das kannst du mal sagen. Schau mal, schau mal. Schau mal, film mal in das Haus. Ah, ah, ah. Ah, ein umgedrehtes Tee. Ja, ein umgedrehtes Tee, ich sehe dich schon. Ja, 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 ja. Ja, Jungs, ich glaube, ich gehe jetzt noch ein bisschen anderen Leuten auf den Sack. Okay. Er verletzt uns einfach, wenn er stirbt, ist er weg. Ja, aber er ist weg. Ja, ich komme später nochmal, so ist es nicht. Ach so, das ist cool hier oben, Junge. Also, ich komme vielleicht später zu dir. Also, im Sinne von, ich lasse es mir so schon mal schauen. Ja, gut, ich gehe noch ein bisschen an der Frage. Warte, darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Na, das war die Frage. Kannst du gehen, tschüss. Nein, warte mal. Wow. Nein, wirst du jetzt später Joschi besuchen bei ihm zu Hause? Nein. Ach so. Doch, guck mal. Ja, ich komme auch vorbei. Nee, ich habe keinen Bock, der ist nicht aufgeholt. Das stinkt. Ach so. Hola. Geistig schlingt nach Socken. Ja, okay, stimmt, aber Domi schlingt nach... Es ist so schlecht. Jochi, guck mal. Warte, wir müssen Tür zu machen. Jo, guck mal. Lass dich überraschen, Junge. Ja. Bring mir jetzt auf. So drei Türen auch. Nur bei dir sein. Ich habe alles für die Leute nicht gekauft. Stimmt, Warte. Gute Nacht. Lass ihn einsperren, lass ihn einsperren. Ja, ihr kommt nicht mehr. Ah. Leute, ich bekämpfe meinen Creeper, wenn ich tot bin. Ich war es nicht, okay? Okay. Hola. Lauf. Ich sehe es schon im Trap. Hola. Hola. Bunk. Ich habe halt tatsächlich nur eine Lederhose. Oh nein. Nein, tu es nicht. Alles super, das weiß ich nicht. Hier ist auch gerade kein Loch entstanden. Ich mache doch keine Löcher hier rein, wo du gerade fisch aufgeräumt hast. Oh nein. Nein. Nee, nee, das weiß ich nicht. Schau, schau, dann drehe ich nicht um. Nein, das weiß ich nicht. Hör auf. Nein, mach nicht dieses Schnaufen. Das habe ich gehört. Mann, Domi. Komm ich von hier an die Kiste? Ja. Wo ist du? Du hast keine Erde? Ändert mir alles. Das ist klar, dass du kannst, wenn du willst, bei Änder-Sachen noch nicht gleich, ob das so gut ist. Da würde ich lieber sterben. Ich glaube, das wirst du da auch. Das Loch ist repariert. Das ist natürlich nie da. Wo war das Loch, das niemals da war? Äh, nicht da. Okay. Fällt tatsächlich auch gar nicht mehr auf. King of Enders Grabständer. Ah! Easy. Haben wir einen Fliegenpilz? Also so einen rot-weißen? Ja, haben wir einen Fußnagel. Was? Nee, wir haben nur so einen gelb-blauen Fußnagel. Das ist die geilste Farm der Welt. Danke, danke. Das wächst irgendwie nicht. Schild. Ja, ich habe auch noch nichts angepflanzt, Bro. Du hast... Du hast... Ein Fisch. Ja! Alter. Du hast sogar noch mehr. Ja, ich mache einen ganz Labyrinth. Ja! Seid alle verflucht. Ich habe so ein halbes Herz und da ist erstmal so ein Labyrinth, wo ich durchrennen wollte. Das ist ja so ein Reaktion von deinem Moment. Muss jeder hier an King of Stenders Grab vorbei. Ja! Das finde ich echt neulich. Holla! Alter, ich habe mir wirklich vor, hier läuft einfach so ein Creeper durch. Und du kannst aber nicht weg, weil ich dieses blöde Labyrinth ist. Weißt du, was ich machen soll? Zu dritt, wir sollten auf so einem See nach oben bauen, einen Tower. Ja, genau. Und dann suchen wir irgendwas in Wasser. Irgendwann irgendwas. Ich weiß selber nicht, was... Oh, ein Creeper! Und dann sterben wir. Du kannst nur bitte helfen, weil ich bin immer noch nackt. Und dann habe ich gerade einen Creeper hinterher. Mein Gott, warum? Alter, bitte, rette mich. Guck mal, da oben. Guck mal, da ist ein Creeper. Alter, ich sehe ihn. Ja, bitte, mach ihn weg. Ja, er hat es geschafft. Und wo ist eigentlich das Loch, was du verursacht hast? Oder auch nicht? Achso, das habe ich nicht. Das war nicht da. Das war ja nie da. Das war wirklich nicht da. Ja, Leute, ich habe... So lange hier durchzulaufen, ne? Aua! Ich glaube, ich habe zwei Dias. Was kann ich da rausmachen? Eine Hacke. Richtig, danke dir. Bro, ich laufe immer noch nackt. Und mit dieser dreckigen Lederhose. Ich glaube, ich will dir das Geschenk geben. Ja. Ein Emerald. Ich glaube, das ist nicht so ein Direktions. Alter! Du hast wirklich eine Dias-Hacke gemacht, Dicke. Let's go. Dicke. Gutes Stau, Junge. Kannst du das Eis nehmen, wenn du brauchst? Ich habe zwei Eis. Weißt du, was ich damit mache? Eine. Wo ist die Werkbank? Warte. Nur das beste Mozzarella, Junge. Bist du bereit? Wo kann ich es von dir? Dankeschön. Wir haben jetzt eine Ange gecraftet, um nach Stichen zu tauchen. Ja, das ist deine benutzte. Bro, das war meine, also deine. Hast du Scherz? Ja, ich habe Eisenstiefel, Alter. Ey, jetzt schreit ich gar nicht mehr so blöd aus. Ey, let's go. Bro, ich habe Schuhe. Komm mal raus, ich model jetzt für dich. Oh yeah, oh shit. Ey, yo. Kannst du die Schwimmer ausziehen? Okay, warte. Boah, viel besser. So musst du bleiben. Ja, der steht auch noch, warte. So, mit der Wolle in der einen Hand. Und mit der anderen, ey. Ah ja, hola. Mann, Geisti, hast du nicht noch mehr Eisen? Da in der Kiste. Gönn dir, gönn dir. Ach, da unten. Achso. Ich glaube, wir haben wieder alles. Danke. Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so unsicht. Ja, kein Problem. Ja, das hast du keine Ahnung. Ja, bitteschön. Oh, du hast Diamanten. Nee. Die brauche ich bitte noch. Ja, ich hab sie liegen lassen. Ich hab sie mir einfach kurz ins Mittag. Vor allem, alle gratulieren dir, um bei mir juck zu haben. Ah, nee, geh, geh. Easy. Ey, weißt du, Josch hat sich so ein schönes Erdhäuschen gebaut. Ja. Und wir haben es einfach verunstaltet. Wir sind hingekommen und haben einfach nur noch mehr. Ich meine, ich hab jetzt einen wunderschönen Weg und alles, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob der so wunderschön ist, ne? Also, er ist auf jeden Fall gefährlich, wenn du low bist. Das richtig. Als Zombie weinst du jetzt schon, ja. Und als Skelett lachst du. Ja, und als Creeper auch. Guck mal, da ist mal ein halbes Hähnchen. Danke, seid noch gar nicht fertig, aber ja. Ja, aber es hat schon mal Beine. Ja. So, ich schau mir jetzt den Clip von Ender an, wie er gestorben ist. Soll ich jetzt den Stream einfach anmachen und mitgucken? Kannst du machen, wenn du willst. Ja, ich hab's geschafft. Okay, hauen sie rein. Oh, du hast sogar Reitschen. Ach, das bin ich. Ja, das ist... Bitte sagen wir jetzt nicht, dass er sich da einfach runterbuddelt und dann runterfällt. Naja, ist da runtergesprungen, hab ich gedacht. Gesprungen, ja. Ja, und da war da ein Trident, Dude. Der Clip ist jetzt so zwei Stunden lang. Ja. Wie er noch ans aufbaut. Oh nein. Oh nein, der Arme Jonge. Hinter ihm waren... Oh mein Gott, da waren aber echt viele. Ja, da ist es halt so, du darfst nicht 24-7 blocken. Und ich war versehentlich gemutet, als er gestorben ist. Deswegen, ich hab gesagt so, no. Alter. Man hört's nicht. Boah, da waren richtig viele, ne? Das ist ja richtig krass. Da waren richtig viele. Ja. Ja, das ist schon. Ja. So, das waren echt ultra viele. Echt? Ja, ja, ja. Wieso viele? Ja. Wieso baut er dann da ein? Ich weiß es nicht. Alter, Geisti. Ja, hier wird ausgestattet, Junge. Alter. Mach ich jetzt auch. Alter, weißt du, was ich jetzt auch mache? Ach, guck mal. Das Beste zuallererst. Ja, easy. Und Cripper, ich geh wieder rein. Los, Cripper, komm hier rein. Kannst du mich bitte retten? Wo ist der denn? Vor der Tür oder was? Ja. Wenn du aufmachst, bist du tot. Ah, warst. Wow. Ja, Yoshi, ich zeig dir, also du musst jetzt erraten, was ich verzaubert habe. Und wenn du es richtig erwähnt, welche Waffe, darfst du sie haben, okay? Okay. Du hast zwei Versuchungen. Ich sag, du hast die Hacke. Die Hacke? Ja. Oh mein Gott, das ist richtig. Ja, und jetzt go. Domi, gibst du mir meinen Zerbertisch kurz, denke ich. Du, Effizienzzweiler. Man, hier, jetzt sind doch. Ich kann dich nicht nehmen, es geht nicht. Alter, die Yoshi. Ja, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, ja, tschüss. Das ist eigentlich das Seiber-Kollegen hier. Okay, Domi. Ja, ich habe ihn versteckt, wir mussten jetzt finden. Und dann behörde ich die Hacke. Okay. Oh nein, er hat sie gefunden. Oder? Nee, hat er nicht. Nee, ist der da verloren. Ich wollte gerade den da machen und euch Fernglis erschenken, aber ihr seid nicht da, also. Achso. Ich komme zurück. Ich komme auch. Hola, mi amigo. Hey. Oh, 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 oh. Ich werde dich nerven damit. Hallo, hier ist der Geschenk. Oh mein Gott, ja. Ja, ich habe es geklaut. Komm her. Nein, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich verstecke es da, wo es keiner findet. Oh, la. Ich stehe es doch nicht hinter dir. Ich habe es auch mal hingeschwissen. Ich glaube, ich verabschmele mich jetzt auch mal. Ja, wir gehen alle, glaube ich, gleich. Oder bleibt Yoshi noch eine Stunde? Ja, ich habe überlebt. Ich möchte da erst mal so bleiben. Ich spiele mir so lange, bis ich sterbe. Achso, ja, dann. Irgendwann bin ich so müde, ich habe keinen Bock mehr. Entweder ich spiele in real life einzeln wollen. Alter, Junge, das ist der geilste Weg zu Yoshi. Yoshi muss hier eben diesen Weg einfach zu zwingen, wenn sie ihn besuchen wollen. Okay, ja, Leute, dann verabschieden wir mal von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Stream-Video-Tag, Abend, wie auch immer, wie ihr das nennen wollt. Also dann. Adieu. Tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Untertitelung des ZDF, 2020